moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren video ansage und natürlich weiße info halt dazu von chris von sich heute geht es darum wie hier ja von ihr in kürzester da gesagt habe wird hier eine ansage gemacht an den zwei youtube-zuschauern und dazu noch später auch noch zu dem regeln auch natürlich was zusammengefasst werden und ja fangen wir mal erstmal mal hier schlicht und weg erstmal mal an mit das thema also mit diesen ansage was ich ja wohl für die beiden youtuber oder zuschauer halt ja wohl sage und erkläre den grund was warum ich hier so mache und weshalb und wieso darüber wohl dass ich jetzt halt ja für diesen halt ja entsprechend soweit ja erzähle es gibt es dazu halt ihr diese beiden youtuber also einmal den luka pradel und sascha koch die beiden ja haben schon jetzt seit ich ihr letztes mal fortnight gestreamt habe ist halt so das hat halt entsprechend ja wo er wirklich den frost gegen mich halt geben zu messen dass wirklichkeit wirklich ja jedes mal wie ein loser besteht oder so und ja und normalerweise für diesen kommentaren welche lieber nicht hier wirklich sehr gern ein aber wenn das sein muss dann ist halt zu sein und ja also man denkt 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 man könnte ja sein ja das wort der los zu sein also bitte also bitte unter anderem halt hier zu sein ich sehe ja klar und ja ja seitdem die die hier mich irgendwie weise angeblich wohl versuchen mich so wenn ja mom oder was weiß ich was was die wohl mich halt auf die harte nuss stellen müssen ohne dass ich jetzt hier so hier komplikation da kommt hier so eine verwechslung oder so dies das könnte aber der denkt ja sicherlich dass war ja vielleicht ja auch spaß gewesen und so dies das das ist jetzt wirklich meine ernste meinung dazu dass man halt entsprechend mal nicht vor allem dass man natürlich weise so dass ich auf die nase mal hinfällt und mal endlich mal ja was vernünftiges was wohl kommentiert weil ich habe kein kein also nur kaum noch habe ich hier wohl gut noch ja mal so die mal respekt wohl gut zu also nicht gut zu verstanden aber als gut so jetzt sehen dass sie wohl jederseits noch gut respekt vornimmt aber auch meistens ja die beiden hier wollen nicht so wirklich so das respekt ihr von den seine nase so hinzufallen und herum zu tanzen vor freude ja und deswegen halt der sollte natürlich ich weiß ja wirklich wirklich hier diesen blöden kommentaren sein lassen weil diesen blöden kommentaren soll man natürlich weiß ja nicht sein und deswegen halt und ja was ich gerne natürlich weiß ja dazu noch was ja sagen könnte also wir werden ja natürlich weiß ein verfahren wohl geben und natürlich war es auf das richtigen regel natürlich was eingehen so dass natürlicherweise wohl end also entsprechend halt wirklich 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 ja ohne großen sonstige sowas da entsprechend ihr sonderrechte wohl gibt und dass die dazu das erzähle ich ja wohl bis etwas später weil ich mache ganz normal ich bin kein voller war ich ein oder loser halt sondern ich mag es einfach ganz normal geht schilder weise wie ich möchte und ja wenn es natürlich was bei mir beschweren kann man natürlich war es ja nicht nur bei mir beschweren sondern auch bei marcel davis bei einzelne 1 weil der seite ich weiß ja offenkundig natürlich war es verantwortlich darüber dass natürlich was es wirklich ja das problem so beseitigen also das problem aufheben und natürlich war es eine lösung das wollte ich ja wohl meinen und was noch dass ich hier noch sagen könnte also das ist ja so auch noch dazu ja also ich bin ja jetzt ja auch nicht der einzige der ich hier wohl ja mache es zum beispiel das thema fortnight mache weil es ist ja so dass es ja halt wirklich wirklich dass ich jetzt hier ja erst als die anderen beiden youtube freunde hier halt von meiner seite halt machen ist und könnte und dies das und deswegen halt ja weil man muss ja keinen streit haben man muss ja keinen streit haben wer 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 mag und wer mag und wer mag nicht und so dies und das man kann einfach ruhig hier die probleme ja wohl lösen aber es wird ja auf dem kundig ja nicht so leicht dazu also nicht immer halt leicht wo dies das zu ergeben und deswegen halt weil ihr müsst halt ja verstehen ich bin eine ganz normale mensch ich kann ja kaum noch hier wohl also nicht immer halt jeder wohl eins zu eins vertrauen jeweils von euch und deswegen halt muss ich halte so wohl also ihr müsst halt lieber mal akzeptieren ja wohl weil ich entscheide das hier großzügigerweise auch für meine zukunft halt und nicht ihr halt nicht ihr halt so großartig und deswegen halt weil das macht mich natürlich weiße groß und stutzig darüber dass man so was in der tat wo er so ja wer gibt punktweise wo er gibt und deswegen halt ist er ja große nummer dazu ja also ich wünsche ich wünsche ich wünsche ich weiße in der zukunft mal erstens halt respekt zu sein und auch was anstatt gutes kommentaren zu sparen lieber mal und ja also natürlich weiße könnt ihr ja nett sein hier darüber und auch nicht so schnell aufregen weil ich rege auch nicht so schnell auf was man ja natürlich was er so denkt hier mit gedanken gedanken oder gedanken leser gedanken aber das ist ja halt von euch waren halt nur ab das letzte nummer den absurd raus weil das das könnt ihr auf jeden fall sparen hier von der sache und deswegen 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 ja so dann kommen wir mal langsam mal jetzt mal zu das thema regeln die ich jetzt ja quasi hinterher schon ähm das wohl mit der ansage schon fertig gemacht habe kommen wir mal das zu das thema regel ja das regeln habe ich ja noch nicht so wohl ähm so schnell wie möglich halt ähm gemacht dauert natürlicherweise in nächsten tagen wird es bald kommen aber nicht ich jetzt auf gleich oder was weiß ich was und ja deswegen meine damen und herren müsste man ja mal verstehen ähm das natürlicherweise ähm ja weil also bald hier das regel ja kommt manchen müssen ganz genau was ich ja wohl erwartet könnte und manche ja vielleicht auch noch nicht weil das sind ja neu wird vielleicht aber ich schreibe natürlich was er extra von meiner seite die artikel also keine sorge keine große problem das ist nur extra von meiner artikel noch nicht an den anderen artikel wohl gedacht deswegen habe ich wohl ja so gedacht dass ich ich mache als extra selber einen artikel darüber und ja mal sehen wie das ja wohl wird ihr den nächsten tagen oder wochen oder monate halt was da wohl dazu da kommt und ja deswegen ähm ja im vorschein augenmaß also wird es halt äh so halt weil ich möchte halt ja auch nicht hier quasi hier so wie im Kindergarten hier quasi auch noch kaum hier mit äh du Junge du hast dir selber angefangen und so ja ich weiß ja auch schon wie es hier mit mir zwischen hier ähm privaten ähm YouTubefreunde so untereinander so gegenseitig und ich weiß ja wohl auch endlich mal und wo er sich ja auch nicht hier wo ich das schuld trampeln weil ich bin auch nicht hier wo ich das schuld darüber ähm ja wo ich von meinen argumenten wohl dazu zu erzählen und dies das ne also von meiner meiner nach und ja das überlastet natürlich was er mal kaum noch sehr und ist das und ja also werden natürlich was er nicht selber klären kann dann dann klärt man ja wohl nie wollt wohl auf so man so man nicht da halt entschuldigt würde so wie ich hier halte wenn ich ja jetzt der dumme wort da quasi da hingeschrieben habe oder was gesagt habe und der hier wohl hier so sei alter bist du ja nicht krank geworden oder so was so beispielsweise dies das kann ich auch ja wohl nachvollziehen aber in zukunft könnte man auch mal ja selber wohl lieber wohl klären da haben wir wollen ja was neues gelernt wohl in der geschichte des youtubers halt nein spaßerin halt natürlich weiß deswegen halt ja so ja so also es wird natürlich was er in den nächsten tagen wochen oder monaten kommen ich würde natürlich weiß er auch bald später auch auch sagen wann es jedes endgültigen regeln auf meinen youtube kanal da rauskommt und deswegen halt wird das halt also nichts großes also nichts ganz unabsichtlich halt so sein und die die änderung des regels wird auch nach hinein auch geändert also auch die nächsten seiten auch sich ändern deswegen halt so meine damen und herren dann kommen wir mal langsam mal endlich mal zu schluss wort natürlich hier das endergebnis natürlich weise auch die endergebnis nicht aber hier zu dem so ende des videos halt zumindest mal und zwar vielen dank dass ihr mal zugeschaut habt und ja natürlich was er trotzdem wohl so das regelwertig halt das wohl geht offenbar so sich nicht hier so das thema politik aber wohl zu unterhaltung halt und ja also natürlicherweise wenn ihr noch nicht abonniert seid auf meinem youtube kanal könnt ihr gerne abonnieren und ja wenn ihr trotzdem gefällt lasst ein like da und ja und checkt natürlich weiter bei den verschiedenen social medien seiten und dann hören wir uns oder sehen wir uns dann ja bis zum nächsten mal wieder mal eure chris 65 germany mit ciao mit au oh oh